Am Mittwoch regnet es besonders noch von der Ostsee bis zum Erzgebirge und am Alpenrand. In der Westhälfte lockern die Wolken nach meist trübem Start immer mehr auf. Nachmittags ist es teils sogar richtig freundlich. Von Hamburg bis Berlin weht ein böiger Nordwestwind. Die Spitzenwerte erreichen 15 bis 19 Grad, in Alpennähe ist es deutlich kühler. Am Donnerstag erwartet uns landesweit der freundlichste Tag der Woche. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Schauer sind allenfalls noch Richtung Nordsee sowie ganz im Süden möglich. Mit Höchstwerten zwischen 17 Grad an den Küsten und 23 Grad entlang des Rheins wird es deutlich wärmer. Am Freitag wird es verbreitet nochmal freundlich. Rund um die westlichen Mittelgebirge nimmt das Schauerrisiko aber schon deutlich zu. Am Wochenende ist es zwar leicht wechselhaft, die Sonne zeigt sich zwischendurch aber auch immer mal wieder. Das Thermometer zeigt meist Temperaturen zwischen 15 und rund 20 Grad an.